Hallo meine Lieben! Du fängst einfach an, wenn du willst! Wirkt das jetzt schon? Ja! Warum ich kann das? Derjenige, der am bestraftesten... Bestraftesten? Was ist das ein Wort? Ja! Auf jeden Fall... Ja! Ich kann nicht mehr sprechen! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Beziehungsweise in ihrem Umfeld passieren Gruppen. Ja! Sprechen wir von Vorteil, wenn man es könnte! Hallo meine Lieben! Zu meinem zweiten Advents... Verlosungsvideo! Wie angekündigt! Nein Schatz, es geht nicht! Geh raus! Hallo meine Lieben! Zu einer neuen Rezension! Heute gibt es ein Buch, welches mich vom Sauerländer Verlag... Ähm... 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 Welchen Helm? 15! Oh ja! Das Hörbuch... Die Elben... So was... Ähm... Vicky! Psst! Kerstin Gears, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner... Was ist da eigentlich für ein Fleck auf meiner Kamera? Äh... 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 Kamerastativ! Geht jetzt doch mal weg! Da wackelt doch die Kamera! Und hinbleiben! Ähm... Ähm... Rändler... Ja! Eiertanz! Ähm... No! Hallo! Witz! 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 Okay! Irgendwann kann ich mal ein Outtake-Video machen, ey! Witz! Hör auf! Du lach! Hey, ich lach doch gar nicht! Du lachst! Okay! Wie fang ich denn an? Lass denn du lachst, nicht ich! Ich würde das nur betonen! Ich glaub, es ist nicht gut, wenn ich gleich das Video... äh... das Buch zeig, ne? Erstmal zeigen, was es geht und dann das Buch zeigen, oder? Mhm! Okay! Ich kann dir aber auch anders hinstommen! Ja! Ich könnte dir nicht deine Klausel bitte auch aussehen! Na, das hatte ich mir schon nicht gelassen! Dann lachst du ja noch mehr! Okay! Hallo meine Lieben! Das war so klar! Das war so klar! Ich kann mich unter dem Deck verstecken, dass du mich nicht siehst! Ja! Ja! Hahaha! 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 Nee! Ich hab' immer noch! Ihr kauft, äh, Klickertraining für Pferde! ich möchte jetzt gerne hey jetzt oh man